Ich bin dann wieder weg. Apropos Cassidy, du bist doch heute beim Paladins gestorben. Nein, ich doch nicht. Du weißt, was das heißt. Du musst draußen am Baum tänzen. Da war sie weg vom Fenster. Nee, ich muss gar nichts. Äh, doch. Das wollt ihr gar nicht sehen. Oh, doch. Lieber wir als jemand... Dicken Hebel weggemacht. Aber ich würd sagen, lieber wir als jemand anderes. He he he. Wir sagen da jetzt mal nichts zu. Nein, aber das hört sich so fies und gemein gerade an aus meinem Mund. Wenn ich schlafe... Sogar dann wahrscheinlich. Das kriegst du noch nicht mit. Cassidy, würdest du noch ein paar Oak Barrels craften? Und zwar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Wieso fällt dort ein Stein? Was ist ein... Ja, kann ich. Danke. Oh, das ist cool. Wenn ich weiss... Das ist aber cool. Dir kann man Aufgaben geben und du machst das. Ja. Ja. Das fetzt. Wie viele hast du gesagt, wir wollen nicht machen? Neun Stück. Okay. Äh... Das, das, das... Geil! Scheiße, Tyrox. Du weißt, dass wir nur die Tier 2 Rocket und Tier 3 herstellen können. Was? Du weißt, dass wir nur die Tier 2 und Tier 3 Rocket craften können. Und du brauchst für jede Rocket 2 Fuel Kanister. Mit 1000 MB drinne. Ja. Ich glaub, da wird euer Zeug dort nicht ausreichen. Vor allem... Äh... Weißt du, wo CO2 und so einen Fluid Tank von Ender.io her haben? Äh... Fluid Tank von Ender.io? Ja. Bestimmt auch. Bestimmt auch aus diesen Reward Bags oder so. Da gibt's ja alles mögliche. Gut. Na, ich hab mir den jetzt gesnackt. Die sind ja nie da. Ich hab dort mein Zeug reingemacht. Tyrox? Hm? Hast du das ganze Coop gemacht? Ja, hab ich. Weil ich das nämlich auch brauche. So. Jetzt... Muss ich nur noch wissen, wie krieg ich hier am besten Wasser hin? So, mein Liebes. Äh... Wo hast du das Eisen? Ah... Ach so. Hm... Hier in der Drohre. Es gibt natürlich keine unendliche Wasserquelle. Geil! Gut. Alles zu fein gemacht, mein Liebes. Ja, ich versuch grad diese Düsen-Triebe da. Scheiße... Äh... Diese Düsen-Antriebe? Was hast du davon schon alles? Also diese Rocket-Fins. Wen kompressed. Ja. Hast du mal den Wasser da rum? Oh! Das war ziemlich. Ah, den... Den Steel! Super! Das hast du vorhin gemacht. Das hast du vorhin gemacht. Scheiße... Ähm... Ihr wisst... Ihr wisst nicht zufälligerweise, wie man... Wasser bei einer unendlichen Wasserquelle abpumpt für die Barrels? Ähm... Damit man Seelensand herstellen kann? Kann das nicht sein, dass... Ähm... Kann schon sein. Ähm... Ich meine... Vielleicht machst du einfach so eine viereckige, unendliche Wasserquelle? Ja. Und dann... So ein Fluid... Dings... Dann machst du jetzt wahrscheinlich, glaub ich... So ein World Interactive... Hi! 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 Könnt ihr ja mal testen... Ähm... Dann müsste ich das hier hinten hinbauen, ne? Weil das wäre nämlich auch, ähm... Eik. Ja? Wie das ja... Was denn? Na hier, sag schon. Oh, was hat denn hier da? Nicht. Tyhox, ich hab was für dich! Da kommt doch wieder nichts Gutes bei raus. An old teddy baby. Das ist lecker, das kannst du essen. Da steht aber, it's an old teddy baby. Oh, don't eat that. Ähm. Was? Das ist ganz lecker. Also, ich mag Menschenfleisch. Besonders was aus Stein ist. Das und das. Äh. Geht's eigentlich noch weiter runter? Nein. Schauen. Da da. Ja, Cassie da da. Komm schon. Kommt aufs gleiche hinaus. Nenn sie doch einfach Zwerg. Ey. Genau. Best Sequence. ungl? Nein. Nein. Ach Köchu. Dafür musst du dann an der Baumstange tanzen. Finde ich auch. äaaa. doch genau jetzt hatte ich neugierig nicht noch machen mir ist langweilig ich brauche aufgaben gibt mir aufgaben warte doch mal ab ich muss hier selber erst klarkommen mädel sei ruhig nee das geht nie mit diesem fluid teil wir haben das bei sky gemacht mit so einer pumpe aber die wir nicht haben wir werden noch auf den pumpkins angezeigt scheiße ist das ja gut da muss man das per hand machen das ist ja auch langweilig dann ist ja meine ganze konstruktion hier unten für ein popöchen mg titanium mg okay hey gib mir mein zeug wieder dann kann die kessie mal sand herstellen wenn sie das hinkriegt ach so stimmt ja das war jetzt eine reine kampf ansage an mich was du sollst äh dings herstellen sand so was kann man daraus machen nicht versuchen machen das ist nicht so einfach für ein kessie die player core und kannst du ein player interface also kessie du hast bis jetzt schon so viel geleistet ja du wirst da wohl ein bisschen sandherstelker mit chemikalien ja 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 ist ja okay was soll ich denn machen warte ich habe vergessen Hilfe okay alles gut die quests von deinem ding weitermachen was ist das hier ist ein extruder oder ne das nicht brauch ich nicht wilden schade leider kann ich nicht brauch ich nicht muss ich das woanders machen wahrscheinlich muss ich das woanders machen das mein meterportal hat immer noch nicht geklappt oder haben wir eine chemikal synthetische maschine musst du hier unten gucken kommen ja ja okay gut dann habe ich das halt schon ist okay ja beryllium ich brauche dich nein aluminium so und kessie wenn du dann ganz viel sand hergestellt das kommst du mit dem konzern was das mich doch nicht warum funktioniert komm erst mal ganz kurz her bevor du damit weitermachst wenn du dann ganz viel sand hast ja nimmst du dir ein eimer machst es voll mit wasser wartest bis das wasser lila ist und dann machst du sand rein an die jungen kriegt man nämlich seelensand dann kriegt man seelensand rein kannst du mir sand machen so ist äh was achso kannst du mir sand machen ich hab keinen plan wie das geht ich komm damit unten zurecht so ich krieg das genauso wie ich hin silicon darkseed hm ja hab ich und das hab ich da reingemacht und das funktioniert aber nicht so früge und was kann man da was machen du mensch stahl aluminium bronze er hatte stahl drei vier jetzt klappt es müsste mal vier sein es macht sinn nicht mehr vier also muss ach das kann ja ewig dauern äh Cassie deswegen sollst du das ja machen dann hast du ewig was zu tun du musst nicht mehr rein tun du musst einfach das so unten drin lassen und dann okay dann war es wieder mehr sinn meine stimme alles warte schon wieder weg fusion habt ihr eigentlich schon rausgefunden was ist mit dem blueprint projector da irgendwas ne nicht im geringsten na irgendwie kannst du dir hier sachen anzeigen lassen ja ja das anzeigen lassen hab ich auch schon so rausgefunden oder ja allgemein aber was das dann bringen wenn man das dann da hin baut das das hier zeig dir dann hier das rezept an das 5x5 rezept ja aber ich frage ist dann was prägt es wenn man das dann macht keine ahnung sieht schön aus wir haben nie wir haben doch solche blöcke ja wir haben solche blöcke ähm hast du ne eimer hast du ne eimer ja ja hammer soll ich schon so eine äh rocket finn spawn hammer warte was du kannst du dann alles machen also warte dann kannst du das nämlich machen dann konzentrier ich mich warte dann gebe ich dir die materialien warte ich gucke gerade okay weil du brauchst hier oben ist kein eimer hey der stern ähm oh lol äh ja warte äh musst du dir entcraften musst du dir entcraften äh ich wollte es nur wissen bevor ich nicht irgendwie unnötig eisen verbauche ach äh das ist real wir kriegen so viel eisen zusammen ja das war alles okay dann machst du das und dann überlats ich dir das mal denn nein so ich geh mal kurz die 2 da drüben manipulieren hey ike hast du das questbook dabei wenn man das hat dann wird das nächste angezeigt mach mal bei eyowars bei das äh maf da mit dem mindcham links da das sollte ich irgendwo angezeigt werden okay und was soll ich da nehmen habt ihr da schon ne deswegen frage ich ach so was soll ich nehmen beryllium oder einsteinium ähm beryllium ich kann keinen stein hehehe äh so jetzt kann ich ne warte mal ich brauche 2 plätze dieser stern ist so nervig danke hinter dir so was für was ist das semi stabile nugget das weiß ich noch nicht okay hier ähm note das bei eurer baum ich habe Sosent ja jo gut äh Sosent super ja Entschuldigung das ist halt das kann Sissi dann die Hälfte davon durchjagen bei ihrem Chemiezeug und die andere Hälfte müssen wir sieben und damit wir vielleicht an Panazawarzen kommen ähm 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 scheiße äh hast du gerade Seelsand eingesammelt Cassie ähm ja was hier oben rum geflogen ist kannst du mir mal kurz eins zuwerfen dass ich das in den Barrels oben machen kann ja ich hätte schon eine ich hasse immer noch diese Sterne ähm kann ich verstehen was hast du ich hab mal ein bisschen was hier durchlofen lassen bei dem ich hab schon so eine Ding äh hinterteil eine Rakete und hier ist wieder mit uns rausgekommen nein so n Ding aber dafür brauchen wir vier Stück wir haben auch ne B... ich weiß ja warte ich tu die mal hier ja ähm für was ist bitte schön Iron Iiii Oxide gut äh das ist ein Ion okay dieser Stern das zieht mich die ganze Zeit an vielleicht war das nicht so ne ganz tolle Idee das da unten dran zu bauen das ist ein Oxid äh nicht das Metall das könnte zerhacken äh okay und Eisen und so ne Kacke ja ne wir lassen das erste mal so sieht schöner aus Compressed Iron und Heavy Duty Dinger Hammer 22 Compressed Iron haben wir hier so dann haben wir eigentlich so gut wie die ersten Sachen fertig ähm hier die Dinger kommen hier rein das kommt hier rein hab ich da Platz haben wir schon Birelium hier ne haben wir nicht also kommt das dort rein ähm die Kiste hier muss wieder Holz rein dann machen wir aber das so 1 Ike hat gleich keine Luft mehr dann mal kurz weg okay jaja okay was ist denn das ein Blueberry geil die geh ich jetzt mal draußen anpflanzen bei bei dem 7 für Dings rausbekommen für die Blumen achso ja ne ich mach das mal hier draußen jetzt so mal gucken was passiert mal gucken was passiert Frage das geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht ich glaub das musst du an nem Busch machen Ferkel an was für nem Busch an nem Busch nicht in nem Busch ja an was für nem Busch es gibt keine Büsche Leaves oder so hier dat da glaub ich oh so sind danke ne bitte bitte ne geht nie ich kann die essen das sind einfach nur Blaubeeren die ich essen kann äh legst du mal ins Crafting Feld warte ich muss erstmal meinen Weizen hier wo ist mein Weizen da warte ich mach mir doch ich ja mach du mal ich hier fliegt die ganze Zeit Seelensand rum ja damit kannst du Waffeln machen Waffeln woher bekommt man die gar nicht ach ne essen so ähm hm ach ihr habt ein bisschen ähm Obsidian hier ich hab ne automatische Farm gebaut na klar mal obsidieren haha so wollen wir ich hab vergessen was wir damit ob sie das nicht Obsidian machen kann durchschauen um hier sowas zu kriegen ja ja das weiß ich auch haha aber es gibt ja Virus so hier pfff sind die Krone und MG alles klar was macht man mit MG Magnesium 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 copy Eminem Volker ja ja klicken in einem 洞 sagen so ich Bis zum nächsten Mal.